Herr Chien, Sie hatten nach dem letzten Spiel davon gesprochen, dass das Spiel gegen Darmstadt ein Schlüsselspiel sein wird. Was genau meinten Sie damit? Ja, das ist ja wohl nicht so schwer zu verstehen und zu interpretieren. Das dürfte euch ja auch nicht so schwer fallen. Das ist ein ganz wichtiges Spiel für uns. Ist doch klar, durch die Niederlage in Ingolstadt hat sich die Situation natürlich verschärft und versteht sich von selbst, dass wir dieses Spiel gewinnen müssen. Punkt. Deshalb ist es ein Schlüsselspiel. Ja, natürlich gibt es Sachen, wo man nicht nur lesen kann, sondern man spürt, dass ein gewisser Druck sowieso ist. Aber nicht nur bei Absteigern oder wer über sein Leben kämpft. Hinausher gibt es Druck für die Leute oder die Mannschaft, wer da Erfolg macht und kämpft um andere Projekte. Man braucht Druck. Wie man mit diesem Druck umgeht, das ist schon die Frage. Ich hoffe, dass es uns klappt und wir sind gut vorbereitet für dieses Spiel. Und jeder weiß, wie Darmstadt funktioniert, durch kämpferische Sachen, durch Keiligkeit oder Teamgeist. Und genauso müssen wir mindestens nicht weniger machen. Okay, heute. Santi freut mich, dass du mir heute die Fragen stellst. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.